Die Küsten eines Landes sind offene Grenzen, offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich der Bundesgrenzschutz, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Wie viel Prozent hat er denn? Keine Ahnung, kann man aber trinken. Hey, das gibt's doch nicht. Senorita, was machst du denn hier? Jetzt weiß ich auch, warum du deinen Urlaub verlängert hast. Ähm, das ist meine Freundin Svenja. Svenja, das sind Großkunden, Investmentbänke. Schiffe und Uniform. So viel haben's eilig. Also dann bis zum nächsten Computercheck. Kurz einmal hat der Zug die Sonne abgekriegt? Großkunden, Investmentbänke? Dem ist einfach die Festplatte abgeschlatzt hier. Hey, ihr verdammte Schweine! Das hat wohl nicht ganz voll Trost! Mein Laptop, mein... meine Waren! Hey, was soll denn das? Schnauze und gehorchen! Schnauze und gehorchen! Ein Waren! 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 Genau! Schnauze und Geher! Abschnauze und Geh inclote! Das ist archaebukось darant, das ist ein Schlitz! till Dner Energie! Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Diese Wettgeschichte, die stimmt doch hinten und vorne nicht. Mit dem kleinen Boot hätten die es bis Sonnenuntergang nie an Land geschafft. Vor allem nicht ohne Navigationsgeräte. Das ist Quatsch, was Sie uns erzählen. Ich überprüfe die besser mal. Den kenne ich noch gar nicht. Tja, das ist ein Talisman aus Südafrika. Da warst du auch schon? Klar. JC, wir und ich unterstützen dort ein Hilfsprojekt in Botswana. Da ist ein Drittel der Menschen mit Aids infiziert. Ja, habe ich schon gelesen. Jetzt muss ich früher sagen können, dass du so etwas Cooles machst. Ja? Olga, ich komme gerade vom Yachthafen Grömitz. Die Yacht Sabrina ist gestern Abend 19 Uhr ausgelaufen. Wo ist sie jetzt? Weg. Dann haben wir es Lüders und Schwarzer angelogen. Aber warum? Ich habe Lüders nochmal überprüft. Hier ist seine Akte. Er ist vorbestraft. Illegaler Medikamentenhandel. Seine Spezialität ist es, Tabletten mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum billig einzukaufen. Dann füllt er sie in Schachtel mit neuem Datum um und verschiebt sie teuer nach Asien. Genau wie sein Begleiter Klaus Schwarzer. Der arbeitet als Lagerdisponent in einem Pharmagroßhandel. Da draußen könnte ein illegales Medikamentengeschäft abgelaufen sein. Ich weiß nicht. In dem Beiboot. Und die Farbe überall. Lüders und Schwarzer werden ab sofort observiert. Und ich will umgehend informiert werden, wenn die Yacht wieder in den Hafen anläuft. Ah, das ist wunderbar. Na? Nein? Jetzt? Na, warte. Das werde ich erlösen. Esa! Esa! Hallo! Was ist denn das? Esa! Hallo! Gibt's Probleme? Ja, mein Motorrad! Halt! Hilfe! Vater, ich komme zu euch! Ich nehme euch ins Schlepp! Cheerio! Das ist aber nett. Dankeschön! Kann ich etwas für trinken anbieten? Ja, sehr gerne! Na, wach Wichser, da guckst du, ne? Los, beweg dich! Ich... 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 Hey, hallo! Na los? Doktor Müller! Du hast massenhaft Kleinanleger betrogen. Dafür musst du jetzt bezahlen! Scheiß! Los, starte den Motor! Los, abhauen! Los! Komm schon! Los, abhauen! Komm, weg, her! Verstanden! Albert Ross, Ende! Ein Segler als Schüsse gemeldet, von einer Motorjacht. Wie weit entfernt? Circa 5 Seemeilen. Kurse 60 Grad. Beide AK! Beide AK! Frau Karlsson, Sie kommen mit rüber. Hey, wo seid ihr denn? Herzinfarkt? Shit. Ja, klar, warte ich auf euch. Ja, bis dann. Sie bleiben also dabei, dass hier nicht geschossen wurde. Wollen Sie etwa überhaupt nicht lügen? Was fällt Ihnen dazu ein? Das? Ja, meinem Leibwächter sind beim Waffenputzen zwei Schüsse losgegangen. Aus einer angemeldeten Waffe. Wollen Sie den Waffenschein sehen? Was sind denn das da drüben für Flecken? Farbe. Ich will jetzt sofort Ihre Schiffspapier, Ihren Ausweis und den Waffenschein sehen und endlich die Wahrheit hören. Sonst bekommen Sie Ärger ohne Ende. Und dann ist Gott sei Dank Hartmut gekommen und hat dem dritten Kerl eine Breitseite verpasst. Wo hat die Leibwächter diesen Mann getroffen? Am linken Oberarm. Schwer? Leider nur ein Streifschuss. Wenn man Sie überfallen hätte, würden Sie genauso denken. Zuerst tun die Typen so, als ob sie dich erschießen wollen. Du glaubst schon, du bist tot. Und dann Farmkugeln. Verdammte Schweine. Was hatten Sie für ein Boot? Also, äh... Also, das hat sich Hartmut genau gemerkt. Das weißes Motorboot. Registriernummer abgeklebt. Volker? Weißt du, wie war für das Leibwächter's gefunden? Nein. Wir haben auch schon alles abgesucht. Vermutlich hat sich einer der Gauner mitgehen lassen. Aber dafür habe ich das hier. Eine Fahrpistole. Damit machen irgendwelche Idioten ihre Gelände Kriegsspiele. Haben die drei wahrscheinlich auf ihrer hektischen Flucht vergessen. Mit einer echten, zum Verwechseln ähnlich. Schau mal. Was ist das? Keine Ahnung, zum Segeln gehört das nicht. Schick das ins Labor. Und sag Norge Bescheid. Er soll in allen Krankenhäusern nachfragen, ob irgendjemand mit einer Schussverletzung am linken Oberarm eingeliefert wurde. Mach ich. Wie erklärt der Leibwächter den Verlust seiner Waffe? Er behauptet, sie sei ihm aus der Hand geschlagen worden und dann war sie weg. Wolfgang hat alles abgesucht. Die Waffe muss über Bord gegangen sein, oder? Jemand von den Maskierten hat sie eingesteckt. Geben Sie eine Warnung an alle Yachtbesitzer raus. Die sollen auf keinen Fall Frauen die einen Mutterschaden melden an Bord nehmen. Ja, ich komme. Okay, bis dann. Ciao. Hey, wie geht's Tibis Vater? Beschissen. Ja, eigentlich hat er noch mal Glück gehabt. Mit einem kleinen Herzschaden. Und Blasen was Kiten feuert besser ab. Wer für mich redens Wasser gefallen. Mit einem Großkunden ist der Server abgestürzt. Ich dachte, du hast Urlaub. Ich kann den Mann noch nicht hängen lassen, ne? Geil. Müller ist auf seiner Yacht überfallen und mit Farbe beschmiert worden. Lüders und Schwarzer waren, als wir sie fanden, ebenfalls voller Farbe. Wir können also davon ausgehen, dass ihnen das Gleiche passiert ist. So seltsame Überfälle hatten wir noch nie. Vielleicht soll das Ganze ja eine Art Denkzettel sein. Immerhin haben Lüders und Schwarzer ziemlich übile Geschäfte am Laufen. Und Dr. Müller? Über den habe ich auch einiges herausgefunden. Seine Softwarefirma ist vor zwei Jahren bankrott gegangen. Aktionäre haben Millionen verloren. Aber plötzlich hatte Müller eines Tages wieder jede Menge Geld. Und keiner weiß, woher. Eine Gruppe, die Betrüger durch Scheinhinrichtungen bestraft? Bis außerdem liegt der Fall ein wenig anders. Wir haben es nicht mit idealistischen Weltverbesserungen zu tun. Unsere Gangster haben ganz handfeste Motive. Hier. Unsere dänischen Kollegen sind auf die Yacht Sabrina gestoßen. Bei einem Hehler, der Yachten und ähnliches Diebesgut verkauft. Warum haben Lüders und Schwarzer den Diebstahl nicht zu Protokoll gegeben? Wahrscheinlich, weil sie nicht wollen, dass wir ihrem Medikamentenhandel auf die Schliche kommen. Ruf die beiden gleich an und bestell sie noch mal her. Schon passiert. Wir haben es also mit drei Yachtdieben und einer besonderen Masche zu tun. Keine Waffen, dafür vertrauenerweckende Verkleidung. Naja, eine Waffe haben sie ja jetzt. Die vom Leibwächter. Was ist mit dem Dieb, der angeschossen wurde? Ist der schon in irgendeinem Krankenhaus aufgetaucht? Bisher nicht. Und wenn sie clever sind, lassen sie ihn unter der Hand verarzten. Und was ist mit dem weißen Motorbooter-Gruppe? Immer noch keine Spur. Hey, was liegt an? Ach, Herr Krüger. Danke, dass Sie ein paar Stunden Ihres Urlaubs opfern. Wir haben hier einen Komplettabsturz. Na super. Hey. Kai-Zubehör. Eine gute Marke. Das ist Kai-Zubehör? Ja. Ein Chicken-Loop und ein Safety-Leash, um genau zu sein. Dann werden Sie, so leid es mir tut, Ihren Urlaub jetzt beenden müssen und sich in der hiesigen Kiter-Szene umsehen. Achten Sie einfach darauf, ob da jemand mit einer Verletzung am linken Oberarm rumläuft. Aber... Wie geht's denn Stevies Vater? Besser. Ist jemand von euch verletzt? Ja, Stevie. Der hat momentan eine richtige Pechsträme. Was ist denn passiert? Motorrad-Crash. Hey, Baby. Wo hat er sich verletzt? Wollen wir los? Hey, Stevie. Nils würde gerne wissen, wo du verletzt bist. Alles klar. Hey, jetzt genug gequatscht. Los. Ja, ich melde mich dann wieder. Wir haben Glück. Das Kite-Zübehör ist eine ziemlich teure Marke. Die wird hier nur in einem Laden verkauft. Und das nicht besonders oft. Das bedeutet, der Verkäufer kann die Käufer identifizieren. Richtig. Wir müssen ihm nur Fotos von den Verdächtigen vorlegen. Erkennt ihr den? Alex Höller. Er hat massenhaft Kohle, aber keiner weiß, woher. Seit einer Woche da. Nervt total. Hey, Alter! Bist du falsch gelandet, ha? Redest du mit mir, Pisser? Quatsch deine Tunnenfreunde voll, ja? Hinten, ha? Hinten. 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 Das ist alles, was der drauf hat. Na ja, für einen Anfänger gar nicht so schlecht. Glaubt dem Arsch, sollten wir mal eine Lektion vorpassen. Na, dann los. Jetzt kommen die Bahnen, Kinder. Ja, dann los. Oh, oh, oh. Oh, oh. All right. Geh auf! Wer ist hier der Pisser? Der hat's Maul, das war nur Anfängerglück, ja? Wie? Alex Höller. Ja, das ist doch mal was. Geh doch zum Geheimdienst, James Bond. Krüger hat einen Kater mit Armverletzung gefunden. So ein Unsympath. Hat er wenigstens was gestanden? Dass eine Yacht gestohlen worden ist. Der Jurgen ist so etwas ganzesumbled. Entschöpfung ist es frechlich. Wer ist so einen Schlagern first, ganzes Grund, heisst. Aber wie ist auch diese Arbeit Must-Bundvall? Die Sym altzelle 되고, wir kommen über die SEE neuve Gelderschaft des glor bölums? Wir verordnen Sie mir auf die Entsch Handeln. Nun, in dem der Entschuldigung? kennen wir das, aber Isso lleva auf die Entschuldigung. wir müssen zuvor. Wir können nicht ab einem Fall gelocken. Aber für heute wird uns sterben, es auch schön zuvor. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin gleich wieder zurück, ne? Ich bin gleich wieder zurück. Ich würde sagen, ich halte länger aus, okay? Ja. 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 Es hab ich nicht. Ja. 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 Ja, genug. Hör mal zu, Krüger. Nur weil du dreimal mit ihr in der Kiste warst, heißt das noch lange nicht, dass du sie kennst. Die haben es nicht nötig, irgendwelche Jachten zu stehlen. Wenn die eine wollen, gehen sie zu ihren stinkreichen Eltern. Nur weil sie stinkreiche Eltern haben, bedeutet das noch lange nicht, dass sie unschuldig sind. Ich habe euch einen möglichen Täter geliefert und jetzt lasst mich und meine Freunde in Ruhe. Kapiert? Wenn dein Job hier zu Ende ist, das bestimmst nicht du. Also die Zusammenarbeit mit Krüger, das ist eine echte Zumutung. Der Mann hat doch überhaupt keine Ahnung von Polizeiarbeit. Der Tipp mit Alex Höller war ein absoluter Volltreffer. Genau. Höller ist nämlich offiziell arbeitslos gemeldet, hat aber zwei Autos, ein Motorboot, ein 200 Quadratmeter großes Penthouse und so weiter. Ich habe mit dem Händler gesprochen. Alex Höller hat vor ein paar Tagen genau die Sorte Kaltzubehör bei ihm gekauft, die wir gefunden haben. Da gibt es ja noch die Yacht-Elektronik, die Krüger in Höllers Wagen gesehen hat. Wahrscheinlich schlachtet er die geklauten Bote aus und verhökert den Kram. Inklusive der Wunde am Oberarmen haben wir vier handfeste Indizien. Damit dürfte klar sein, wer die Yachtdiebe sind. Alex Höller und seine beiden Handlanger. Hat Krüger nicht von einer geplanten Aktion Höllers gesprochen? Ja, das stimmt, aber uns fehlt die genaue Zeitangabe. Höller wird ab sofort observiert. Sag Krüger Bescheid. Er soll den Keiterstand und auch den Yachthafen, in dem sich noch ein Boot von Höller befindet, weiter im Auge behalten. Wolfgang, kommst du? Kapitän, Krüger kann vielleicht mit Computern umgehen, aber observieren, das ist was ganz anderes. Das ist richtig, Herr Norge. Frau Karlsson, Sie können das übernehmen. Danke schön. Weißes Boot, abgeklebte Nummern, passt doch hundertprozentig auf die Beschreibung von Müllers Leibwächtern. Ich frag mich, was Sie in den Taschen haben. Na was wohl, Ihr ganzes Überfall-Equipment. Gottschampi, Perücken, Frauenkleider. Lili Karlsson, verbinden Sie mich bitte mit der Albatross II. Verstanden. Ende. Höller und seine beiden Kumpels sind unterwegs. Haben wir das Boot auf dem Schirm? Klar und deutlich. Jede Wette, dass Sie jetzt die nächste Yacht klauen? Wir verfolgen die drei und wenn Sie wieder eine kapern, schlangen wir zu. Damit wäre unser Job wohl erledigt. Sag mal, du kennst doch Kai schon ziemlich lange, oder? Kann man so sagen. Weißt du, was er gegen mich hat? Kommst jetzt darauf? Zuerst reißt der ständig dumme Witz über meinen Job. Und dann macht der Typ mich blöd an, ich sollte Steven und Jay verdächtigen. Und meine eigene Freundin. Naja, weißt du, manchmal, wenn man Leute observiert, die man sehr gut kennt, da kann es passieren, dass man vielleicht wichtige Details übersieht. Vermutlich wollte er dir nur das damit sagen. Na super, jetzt fängst du auch noch an. Oh Mensch, Mädels. Was machst du denn jetzt als nächstes? Kiten natürlich. Schon vergessen? Ich habe Urlaub. Die fahren ja ein ziemlich hohes Tempo. Na, das können wir auch. Geschwindigkeit beibehalten. Wir müssen auf jeden Fall außer Sichtweite bleiben. Was ist los? Und wie lange dauert das? Dann melde dich sofort bei mir und gib mir die genaue Position durch. Okay. Okay. Die Azt ist noch nicht wie geplant unterwegs. Völler hat gewendet und fehlt jetzt auf die Küste zu. Vielleicht haben sie Lunte gerochen. Unmöglich. Wir waren die ganze Zeit außer Sicht. Und was jetzt? Abwarten. Hätte ich gesagt dir, dein Frontflip war erstens lange. Ey Mann, jetzt komm, schleif mich nicht ein. Ist aber auch gut. Ja Mann. Du bist als Konkurrent, Mann. Musst dir echt aufpassen. Hey, ich hole mir jetzt ein Bier. Wollt ihr auch eins? Ja. Okay Mann. Und ich gehe jetzt duschen. Ich komme gleich nach und sag dich ein. Ja, hallo, Krüger hier. Habt ihr ihr da schon verhaftet? Einsatz läuft noch, ja? Okay, ich melde mich dann später wieder. Ja, bis dann. Ciao. Mitternacht. Ablösung. Na, was Neues? Rein gar nichts. Momentan raucht jemand. Ja, da kann ich mir ja auch eine anstecken. Ich möchte wissen, auf was Alex Höller und seine Kumpels erwarten. Ja. Holger, da tut sich was. Wir bleiben auf Abstand. Beide langsame. Beide langsame. Frau Deisenroth auf die Brücke. Die anderen fertig machen zum Einsatz. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier, Hörlers Boot, nehmt jetzt Kontakt zu einem anderen Schiff auf. Dann läuft der Ehrt-Diebstahl. Beide voll voraus. Beide voll voraus. Sie greifen zu. BGS, weißt du, was es heißt? Dein Freund ist beim Bundesgrenzschutz. Ist ein verdammter Bulle. Mann, du Hörl, das ist ein Parkausweis. Wahrscheinlich arbeitet der für die. Die haben doch massenhaft Computer, oder? Sind wir gleich schlauer. Hallo? Hier hat gern die Telefonnummer vom BGS in Neustadt. Jetzt steh hier nicht so rum. Bring die Sachen zurück, bevor er aufwacht. Füsten machen! Hände hoch! Keine falsche Bewegung! Los, Hände hoch! Los, Hände hoch! Schon mach? Ich kann nicht mehr schlafen. Du bist die tollste Frau, die mir eh begegnet ist. Wenn es so ist, ernst. Sonst würde ich es nicht sagen. Geben Sie es doch endlich zu. Sie stehlen in Yachten, bauen die teure Elektronik aus und verhökern Sie. All diese gestohlenen Sachen haben wir in Ihren Taschen gefunden. Sie sind doch nicht ganz dicht. Nein, nein. Na gut. Woher ist die Schusswunde an Ihrem Oberarm? Schusswunde? Von wegen Schusswunde. Das ist eine Tätowierung, die gleich mir gerade weg machen. Gut, dass du wach bist. Was hältst du denn von einem kleinen Ausflug? Jetzt? Willst du nicht? Eigentlich hatten wir ja Erfolg. Ein Einbrecher der Werften ausräumen, seine Helfer und ein Hehler, an denen die Ware verkauft. Das wird Gruber sich ja freuen. Ja, aber nur solange er nicht weiß, dass wir die Yachtdiebe immer noch nicht haben. Sag Krüger Bescheid. Er muss weiterhin an den Kitesurfern dranbleiben. Bist du jetzt überrascht, Bohnenspitzen? Wie fühlt man sich, wenn er am Ziel ist? Bist du heute das, was du sehen wolltest, oder? Deswegen hast du uns auch wochenlang Freundschaft vorgelogen. Ich hab doch bis eben nicht gewusst, dass ihr die Verbrecher seid. Als er sich deine Wunde gesehen hat, ist mir klar geworden, dass... Wir sind keine Verbrecher. Du kapierst das nicht. Wir klauen doch die Yacht nicht für uns. Für wen denn sonst? Für das Afrika-Projekt, von dem wir dir erzählt haben. Jeden Tag sterben dort Tausende von Menschen. Wir brauchen maßenhaft Kohle. Und außerdem überfallen wir nur die, die es wirklich verdient haben. Ich meine, vor 800 Jahren wären wir Robin Hood genannt worden. Mensch, Leute, hier seid ihr in der Wirklichkeit und nicht in irgendeinem Film. Ihr könnt nicht einfach irgendwelche Yachten stehen, auch wenn es einem guten Zweck dient. Das geht nicht klar. Was ist das für ein Bullengeschwitz? Ich hab dich vor ihm gewarnt. Ich hab dich gewarnt. In ein paar Minuten geht's los. Was machst du? Als Polizist kann und will ich euch nicht helfen. Aber ich kämpfe auch nicht gegen euch. Entweder bist du für uns. Oder bist du gegen uns. Ich hab jetzt mal Lilly gebeten, dass ihr bei ihm und seinen Freunden vorbeischaut. Gut. Bingo! Da vorne ist die Black Pearl. Mal langsam ran. Alles klar, ich gebe Bescheid, weil du taugend bist. Hallo? Der Bericht zur Hörlers Verhaftung ist fertig. Wolltest du den nochmal durchlesen? Danke. Ja? Ah, Lilly. Was gibt's? Soweit ich das erkenne, wollen die drei eine weitere Yacht stehlen. Sie gehört einem mehrfach vorbestraffen Mädchenhändler. Die Yacht heißt Black Pearl und dem Papier nach ist sie zur Zeit auf dem Weg zum Valkyriengrund. Ihr müsst sofort den Eigner warnen. Die Black Pearl ist tatsächlich heute Morgen ausgelaufen. Ich kriege aber keinen Funkkontakt zu ihr. Wie sieht's aus, Wolfgang? Na, wenn ich alles aus meinem Baby raushole, sind wir in 20 Minuten da. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Hi. Hi. Danke, dass Sie uns helfen. Warum hast du gekennet? Verpisst du euch? Ah! Hey, Svenja! Hey, was soll denn das? Seit wann haben wir echte Waffen? Hast du völlig übergeschnappt? Glaubst du, ich lass den damit durchkommen? Stiffi! Das ist nicht unser Stil! Geht es in die Spiele, oder was? Glaubst du, ich lass mich nochmal abknallen, oder was? Jetzt Schluss mit den Kinderkacken! Ist schon besser. So gefällt mir das. Schon was zu sehen? Bisher nicht. Walkyriengrund. Wenn wir bloß eine genaue Positionsangabe hätten. Wenn wir Pech haben, schippen wir hier noch eine Ewigkeit rum. Du steigst jetzt in ein Schlauchboot und übergibst uns eine Yacht. Her mit dem Schlüssel. Bitte? Und? Was jetzt? Willst du mich erschießen? Dazu fehlt dir der Mom, Kleiner. Jetzt 10 Sekunden, hab ich die Ersatzschlüsse, du bist tot! 10! 9! Ich mach doch was, oder wird die Mörder werden! 7! 6! Jetzt hör auf damit! Halt's Maul! 4! 7! 3! 2! 2! Bewege dich. Los, rüber. Hast gute Arbeit geleistet. Ehrlich. Eigentlich bin ich ja zu euch gekommen, weil ich dachte, das wäre ein easy Job. Fettbeamtenkohle kassieren, locker an den Computern rumschrauben. Hätte echt nicht gedacht, dass so viel dazugehört, Polizist zu sein. Du musst noch einiges lernen, ne? Das schaffst du schon. Das schaffe ich. Was fällt Ihnen dazu ein? Das? Ja. Meinem Leibwächter sind beim Waffenputzen zwei Schüsse losgegangen. Aus einer angemeldeten Waffe. Wollen Sie den Waffenschein sehen? Was sind denn das da drüben für Flecken? Farbe. Farbe. Ich will jetzt sofort Ihre Schiffspapier, Ihren Ausweis und den Waffenschein sehen und endlich die Wahrheit hören. Sonst bekommen Sie Ärger ohne Ende. Und dann ist Gott sei Dank Hartmut gekommen und hat dem dritten Kerl eine Breitseite verpasst. Wo hat der Leibwächter diesen Mann getroffen? Am linken Oberarm. Schwer? Leider nur ein Streifschuss. Wenn man Sie überfallen hätte, würden Sie genauso denken. Zuerst tun die Typen so, als ob sie dich erschießen wollen. Du glaubst schon, du bist tot. Und dann Farmkugeln. Verdammte Schweine. Was hatten Sie für ein Boot? Also, äh, also das hat sich Hartmut genau gemerkt. Das, äh, weißes Motorboot, Registriernummer abgeklebt. Holger? Weißt du, wie war für das Leibwächters gefunden? Nein. Wir haben auch schon das abgesucht. Vermutlich hat sich einer der Gauner mitgehen lassen. Aber dafür habe ich das hier. Eine Fahrpistole. Damit machen irgendwelche Idioten ihre Geländekriegsspiele. Haben die drei wahrscheinlich auf ihrer hektischen Flucht vergessen. Sieht eine echte und zum Verwechseln ähnlich. Schau mal. Was ist das? Keine Ahnung, zum Segeln gehört das nicht. Schick das ins Labor. Und sag Norge Bescheid. Er soll in allen Krankenhäusern nachfragen, ob irgendjemand mit einer Schussverletzung am linken Oberarm eingeliefert wurde. Mach ich. Wie erklärt der Leibwächter den Verlust seiner Waffe? Er behauptet, sie sei ihm aus der Hand geschlagen worden und dann war sie weg. Wolfgang hat alles abgesucht. Die Waffe muss über Bord gegangen sein, oder? Jemand von den Maskierten hat sie eingesteckt. Geben Sie eine Warnung an alle Yachtbesitzer raus. Die sollen auf keinen Fall Frauen, die ihren Mutterschaden bellen, an Bord nehmen. Ja, ich komm. Okay, bis dann. Ciao. Hey. Wie geht's, Tibis Vater? Beschissen. Eigentlich hat er noch mal Glück gehabt. Mit nur'n kleiner Herz. Dann blasen wir's Kiten, feuert besser ab. Wäre für mich eh ins Wasser gefallen. Mit einem Großkunden ist der Server abgestürzt. Ich dachte, du hast Urlaub. Ich kann den Mann noch nicht hängen lassen, ne? Ja, ja. Danke, dass wir uns helfen. Warum wasche Kenne ich? Verpisst euch! Ah! Hey! Svenja! Komm! Ja, ohne ab. Den Bixer hab ich fertig! Hey, was soll denn das? Seit wann habt ihr echte Waffen? Bist du völlig übergeschnappt? Glaubst du, ich lass ihn damit durchkommen? Stevie! Das ist nicht unser Stil! Gehen sie zu spielen, oder was? Glaubst du, ich lass mich noch mal abknallen, oder was? Jetzt Schluss mit den Kinderkacken! Ist schon besser. So gefällt mir das. Schon was zu sehen? Bisher nicht. Walkürigengrund. Wenn wir bloß ne genaue Positionsangabe hätten. Wenn wir Pech haben, schippern wir hier noch ne Ewigkeit rum. Du steigst jetzt in dein Schlauchboot und übergibst uns eine Yacht. Her mit dem Schlüssel! Und? Was jetzt? Willst du mich erschießen? Dazu fehlt dir der Mom, Kleiner. In 10 Sekunden hab ich die Ersatzschlüsse und du bist tot! 10! 9! Ich mach doch was, oder wird die Mörder werden! 7! 6! Jetzt auf damit! Halt's im Haul! 4! 7! 3! 2! 5! 5! 6! 5! 5! 5! 5! 6! 7! 8! Los, rüber. Rüber. Hast gute Arbeit geleistet. Ehrlich. Eigentlich bin ich ja zu euch gekommen, weil ich dachte, es wäre ein easy Job. Fettbeamtenkohle kassieren, locker an den Computer rumschrauben. Hätte echt nicht gedacht, dass so viel dazugehört, Polizist zu sein. Wir müssen noch einiges lernen. Das schaffst du schon. Das schaffe ich. Das schaffst du schon. 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 Mal. Den kenn ich noch gar nicht. Tja, das sind Talisman aus Südafrika. Da warst du auch schon? Klar. JSC, wir und ich unterstützen dort ein Hilfsprojekt in Botswana. Da ist ein Drittel der Menschen mit Aids infiziert. Ja, hab ich schon gelesen. Jetzt muss ich früher sagen können, dass du so was Cooles machst. Ja? Olga, ich komme gerade vom Yachthafen Grömitz. Die Yacht Sabrina ist gestern Abend 19 Uhr ausgelaufen. Wo ist sie jetzt? Weg. Dann haben wir es Lüders und Schwarzer angelogen. Aber warum? Ich habe Lüders nochmal überprüft. Hier ist seine Akte. Er ist vorbestraft. Schuss. Wenn man sie überfallen hätte, würden sie genauso denken. zuerst tun die Typen so, als ob sie dich erschießen wollen. Du glaubst schon, du bist tot. Und dann Farmkugeln. Verdammte Schweine. Was hatten sie für ein Boot? Also, äh, also das hat sich Hartmut genau gemerkt. Das weißes Motorboot, Registriernummer abgeklebt. Olga? Weißt du, wie war für das Leibwächter's gefunden? Nein. Wir haben auch schon alles abgesucht. Vermutlich hat sich einer der Gauner mitgehen lassen. Aber dafür habe ich das hier. Eine Fahrpistole. Damit machen irgendwelche Idioten ihre Geländekriegsspiele. Haben die drei wahrscheinlich auf ihrer hektischen Flucht vergessen. Sieht eine echte und zum Verwechseln ähnlich. Schau mal. Was ist das? Keine Ahnung. Zum Segeln gehört das nicht. Schick das ins Labor. Und sag Norge Bescheid. Er soll in allen Krankenhäusern nachfragen, ob irgendjemand mit einer Schussverletzung am linken Oberarm eingeliefert wurde. Mach ich. Wie erklärt der Leibwächter den Verlust seiner Waffe? Er behauptet, sie sei ihm aus der Hand geschlagen worden und dann war sie weg. Wolfgang hat alles abgesucht. Die Waffe muss über Bord gegangen sein, oder? Jemand von dem Maskierten hat sie eingesteckt. Geben Sie eine Warnung an alle Yachtbesitzer raus. Die sollen auf keinen Fall Frauen, die ihren Mutterschaden bellen, an Bord nehmen. Ja, ich komm. Okay. Bis dann. Ciao. Hey. Wie geht's, Tibis Vater? Beschissen. Eigentlich hat er noch mal Glück gehabt. Nur ein kleiner Herz. Und Blasmas Kiten feuert besser ab. Wäre für mich eh ins Wasser gefallen. Mit einem Großkunden ist der Server abgestürzt. Ich dachte, du hast Urlaub. Ich kann den Mann noch nicht hängen lassen, ne? Ja, ja. Müller ist auf seiner Yacht überfallen und mit Farbe beschmiert worden. Lüders und Schwarzer waren, als wir sie fanden, ebenfalls voller Farbe. Wir können also davon ausgehen, dass ihnen das Gleiche passiert ist. So seltsame Überfälle hatten wir noch nie. Vielleicht soll das Ganze ja eine Art Denkzettel sein. Immerhin haben Lüders und Schwarzer ziemlich übile Geschäfte am Laufen. Und Dr. Müller? Über den habe ich auch einiges herausgefunden. Seine Softwarefirma ist vor zwei Jahren bankrott gegangen. Aktionäre haben Millionen verloren. Aber plötzlich hatte Müller eines Tages wieder jede Menge Geld. Und keiner weiß woher. Eine Gruppe, die Betrüger durch Scheinhinrichtung bestraft? Wie es aussieht, liegt der Fall ein wenig anders. Wir haben es nicht mit idealistischen Weltverbesserungen zu tun. Unsere Gangster haben ganz handfeste Motive. Hier. Unsere dänischen Kollegen sind auf die Yacht Sabrina gestoßen. Bei einem He... Und ich habe es nicht zufrieden. Alles klar. Ich sage es nicht. Ich sage es nicht. Aber du taubst nicht! Wir haben das. Und wir haben das. Hallo? Der Bericht zur Hörlers Verhaftung ist fertig. Wolltest du den noch mal durchlesen? Danke. Ja? Ah, Lili. Was gibt's? Soweit ich das erkenne, wollen die drei eine weitere Yacht stehlen. Sie gehört einem mehrfach vorbestraften Mädchenhändler. Die Yacht heißt Black Pearl und dem Papier nach ist sie zurzeit auf dem Weg zum Valkyriengrund. Ihr müsst sofort den Eigner warnen. Die Black Pearl ist tatsächlich heute Morgen ausgelaufen. Ich kriege aber keinen Funkkontakt zu ihr. Wie sieht's aus, Wolfgang? Na, wenn ich alles aus meinem Baby raushole, sind wir in 20 Minuten da. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Hi. Hi. Danke, dass ihr uns helfen. Hm. Warum wasch erkenne ich? Verpisst euch! Hey! Svenja! Komm! Ja, ohne ab. Den Wichser hab ich fertig! Hey, was soll denn das? Seit wann haben wir echte Waffen? Bist du völlig übergeschnappt? Glaubst du nicht, lass den damit durchkommen? Stevie! Das ist nicht unser Stil! Gehst du sie spielen, oder was? Glaubst du nicht, lass mich nochmal abknallen, oder was? Jetzt Schluss mit den Kinderkacken! Das ist schon besser. So gefällt mir das. Schon was zu sehen? Bisher nicht. Bei Köringengrund. Wenn wir bloß ne genaue Positionsangabe hätten. Wenn wir Pech haben, schippen wir hier noch ne Ewigkeit rum. Du steigst jetzt in dein Schlauchboot und übergibst uns deine Yacht. Her mit dem Schlüssel. Gut, dass du wach bist. Was hältst du denn von einem kleinen Ausflug? Jetzt? Willst du nicht? Eigentlich hatten wir ja Erfolg. Ein Einbrecher der Werften ausräumen, seine Helfer und ein Hehler, an der die Ware verkauft. Das wird Kober sich ja freuen. Ja. Aber nur solange er nicht weiß, dass wir die Yachtdiebe immer noch nicht haben. Sag Krüger Bescheid. Er muss weiterhin an den Kitesaufern dranbleiben. Bist du jetzt überrascht, Bullenspitzen? Wie fühlt man sich, wenn er am Ziel ist? Das ist doch das, was du sehen wolltest, oder? Deswegen hast du uns auch wochenlang Freundschaft vorgelogen. Ich hab doch bis eben nicht gewusst, dass ihr die Verbrecher seid. Als er sich deine Wunde gesehen hat, ist mir klar geworden, dass... Wir sind keine Verbrecher. Du kopierst das nicht. Wir klauen doch die Yachten nicht für uns. Für wen denn sonst? Für das Afrika-Projekt, von dem wir dir erzählt haben. Jeden Tag sterben dort Tausende von Menschen. Wir brauchen maßenhaft Kohle. Und außerdem überfallen wir nur die, die es wirklich verdient haben. Ich bin vor 800 Jahren, wären wir Robin Hood genannt worden. Mensch Leute, hier seid ihr in der Wirklichkeit nicht in irgendeinem Film. Ihr könnt nicht einfach irgendwelche Yachten stehen, auch wenn es einem guten Zweck dient. Das geht nicht klar! Was ist denn das für ein Bullen-Geschwitz? Ich hab dich vor ihm gewarnt. Ich hab dich gewarnt. In ein paar Minuten geht's los, was machst du? Als Polizist kann und will ich euch nicht helfen. Aber ich kämpfe auch nicht gegen euch. Entweder du bist für uns, oder du bist gegen uns. Krüter ist nirgends zu erreichen. Ich hab jetzt mal Lili gebeten, dass ihr bei ihm und seinen Freunden vorbeischaut. Gut. Dingo! Da vorne ist die Black Pearl. Mal langsam machen. Aargh! Ab, ne? Ja! 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 Hey, habt ihr Feuer? Danke. Ja? Und starten wir? Morgen! Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ja, natürlich will ich die ganze Sache durchziehen. Ich melde mich bei dir, okay? Gut. Nils! Kommst du rein? Gleich! Okay, dann warte ich oben, ja? Hier sind die Bilder. Von allen, die ich geknipst habe, kommt für mich nur Einheitstäternfrage. Alex Söller. Über den weißt du ja Bescheid. Seine Nummernschild habe ich notiert. Und was ist mit deinen Freunden? Dickes Haus, Auto und ebenfalls drei Leute. Die haben damit nichts zu tun. Die kenne ich. Wie lange bist du eigentlich mit Svenja schon zusammen? Lange genug. Hör mal zu, Krüger. Nur weil du dreimal mit ihr in der Kiste warst, heißt das noch lange nicht, dass du sie kennst. Die haben es nicht nötig, irgendwelche Jachten zu stehlen. Wenn die eine wollen, gehen sie zu ihren stinkreichen Eltern. Nur weil sie stinkreiche Eltern haben, bedeutet das noch lange nicht, dass sie unschuldig sind. Ich habe euch einen möglichen Täter geliefert. Und jetzt lasst mich und meine Freunde in Ruhe. Kapiert? Wenn dein Job hier zu Ende ist, das bestimmst nicht du. Also die Zusammenarbeit mit Krüger, das ist eine echte Zumutung. Der Mann hat doch überhaupt keine Ahnung von Polizeiarbeit. Der Tipp mit Alex Höller war ein absoluter Volltreffer. Genau. Höller ist nämlich offiziell arbeitslos gemeldet, hat aber zwei Autos, ein Motorboot, ein 200 Quadratmeter großes Penthouse und so weiter. Ich habe mit dem Händler gesprochen. Alex Höller hat vor ein paar Tagen genau die Sorte Kaltzubehör bei ihm gekauft, die wir gefunden haben. Da gibt es ja noch die Yachtelektronik, die Krüger in Höllers Wagen gesehen hat. Wahrscheinlich schlachtet er die geklauten Bote aus und verhökert den Kram. Inklusive der Wunde am Oberarmen haben wir vier handfeste Indizien. Damit dürfte klar sein, wer die Yachtdiebe sind. Alex Höller und seine beiden Handlanger. Hat Krüger nicht von einer geplanten Aktion Höllers gesprochen? Ja, das stimmt, aber uns fehlt die genaue Zeitangabe. Höller wird ab sofort observiert. Sag Krüger Bescheid, er soll den Keiterstand und auch den Yachthafen, in dem sich noch ein Boot von Höller befindet, weiter im Auge behalten. Wolfgang, kommst du? Kapitän! Alles klar, ich gebe Bescheid, weil du taubst nicht. Hallo? Hallo? Der Bericht zu Hörlers Verhaftung ist fertig. Wolltest du ihn noch mal durchlesen? Danke. Ja? Ah, Lili. Was gibt's? Soweit ich das erkenne, wollen die drei eine weitere Yacht stehlen. Sie gehört einem mehrfach vorbestraften Mädchenhändler. Die Yacht heißt Black Pearl und dem Papier nach ist sie zur Zeit auf dem Weg zum Valkyriengrund. Ihr müsst sofort den Aigner warnen. Die Black Pearl ist tatsächlich heute Morgen ausgelaufen. Ich kriege aber keinen Funkkontakt zu ihr. Wie sieht's aus, Wolfgang? Na, wenn ich alles aus meinem Baby raushole, sind wir in 20 Minuten da. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Hi. Hi. Danke, dass Sie uns helfen. Warum wasche Kenne ich? Verpisst euch. Hey, Svenja. Hey, was soll denn das? Seit wann habt ihr echte Waffen? Du steigst jetzt in dein Schlauchboot und übergibst uns deine Yacht. Her mit dem Schlüssel. Bitte. Jetzt kommen die Bahnen, Kinds. Und in den Schlauchboot und übergibst du dich. Oh, eins. Oh, eins. Oh. 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 Geh auf! Wer ist hier der Pisser? Der hat's Maul, das war nur Anfängerglück, ja? Wie? Alex Höller. Ja, das ist doch mal was. Geh doch zum Geheimdienst, James Bond. Krüger hat einen Kiter mit Armverletzung gefunden. So ein Unsympath. Hat er wenigstens was gestanden? Dass eine Yacht gestohlen worden ist. Wenn er ein Kiterium war, dann stand der ein Kiterium in dieaviß gate. Und so, wenn man ein bis zum Geheimdienst conduction auf die nationalstellung nicht inclu hat, die HüschungAD mathe. Vielen Dank. Vielen Dank. Haben wir in Ihren Taschen gefunden. Sie sind doch nicht ganz dicht. Na, na. Na gut. Woher ist die Schusswunde an Ihrem Oberarm? Schusswunde? Von wegen Schusswunde. Das ist eine Tätowierung, die lass ich mir gerade wegmachen. Gut, dass du wach bist. Was hältst du denn von einem kleinen Ausflug? Jetzt? Willst du nicht? Eigentlich hatten wir hier Erfolg. Ein Einbrecher der Werften ausräumen, seine Helfer und ein Hehler, an denen die Ware verkauft. Das wird Gruber sich ja freuen. Ja, aber nur solange er nicht weiß, dass wir die Jachtdiebe immer noch nicht haben. Sag Krüger Bescheid. Er muss weiterhin an den Kitesurfern dranbleiben. Bist du jetzt überrascht, Bundenspitzen? Wie fühlt man sich, wenn er am Ziel ist? Das ist doch das, was du sehen wolltest, oder? Deswegen hast du uns auch wochenlang Freundschaft vorgelogen. Ich hab doch bis eben nicht gewusst, dass ihr die Verbrecher seid. Als ich deine Wunde gesehen habe, hat es mir klar geworden, dass... Wir sind keine Verbrecher. Kopierst das nicht. Wir klauen auch die Jachten nicht für uns. Für wen denn sonst? Für das Afrika-Projekt, von dem wir dir erzählt haben. Jeden Tag sterben dort Tausende von Menschen. Wir brauchen maßenhaft Kohle. Und außerdem überfallen wir nur die, die es wirklich verdient haben. Ich bin vor 800 Jahren, wenn wir Robin Hood genannt wurden. Mensch Leute, hier seid ihr in der Wirklichkeit und nicht in irgendeinem Film. Ihr könnt nicht einfach irgendwelche Jachten stehen, auch wenn es einem guten Zweck dient. Das geht nicht klar. Was ist das für ein Bullengeschwitz? Ich hab dich vor ihm gewarnt. Ich hab dich gewarnt. In ein paar Minuten geht's los, was machst du? Als Polizist kann und will ich euch nicht helfen. Aber ich kämpfe auch nicht gegen euch. Wirklichkeit. Wirklichkeit. Wirklichkeit.